Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Bad Wars auf dem GOMHD Server. Und ja, wir spielen heute 4 gegen 4 bzw. 4 gegen 4 gegen 4 so rum. Also 4 Teams, äh 4 Leute gegeneinander. Ich bin im roten Team noch mit 3 Randoms und na cool, jetzt steht er erstmal auf K rum. So, warten kurz noch. Und jetzt geht's auch erstmal direkt in die Mitte. Komm, bau schneller. Los, 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 los. Bisschen trollen. Stell mich mal rein. Mit deinem Arrive Skin. So, schnell in die Mitte. Hier, kleiner Tipp, wenn ihr euch da so an den Rand stellt, geht das ein bisschen schneller. So, ups. Da, los, los, schneide ich euch mehr Gold. Anscheinend sind wir die Ersten. So, wo gibt's hier? Da unten gibt's anscheinend auch noch was. Okay, nice. So, jetzt schnell wieder hoch. So. Komm ich da hoch? Ne, noch eins. Schnell, 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 schnell. Erstmal schnell einen Bogen holen. Fuck. Hey. Please help. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, haut ihn runter. Oh, shit. Der rushed. Bitte. Ich brauch' Blöcke. Hallo. Okay, gut. Gut verteidigt. Kommt jetzt los. Oh, da kommt Grüne. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, leu, warum ist denn nicht runtergefallen? Bitte. Ich bin in der Mitte. Ich brauch' Blöcke. Huhu, huhu, sieht mich jemand nicht. Vielleicht gibt's da unten ja nen Weg oder so. Oh, da ist einer. Komm. Fuck. Wohin da hin? Warum springt er runter? Er hätte mich doch easy töten können. So, gibt es ja einen Weg nach oben. Da oben ist jemand. Da, hallo, komm. Hey, please. Hier unten. Hat keiner. Kommt er zu mir? Oh Gott. Hallo. Ich bin ja unten. Oh, kommt er? Ja. Oh, danke du in der Wiveskin. Danke. Hier, kriegst du mein Gold dafür. Hier. Danke. So, wird es schnell. Gibt es dir noch Gold? Ja, dann sollen wir es schnell ein und dann schnell zurück und der Quick kaufen. Okay, 6 Gold ist okay. Krieg man einen Bogen hin. So, ach, schön gemacht. Wenigstens mal ein gutes Tier wieder. So, aber was zu essen brauche ich auch. Erstmal schnell einen Bogen. Zwei kaufen. Ne. Zwei Spitzhacken hier für meinen Freund noch. Matrix PvP. Hier. Bitte, bitte. So, jetzt noch ein bisschen Bronze für Rüstung und was zu essen erstmal. Gut. Ham, 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 ham. Gut. Oh, da bauen sich welche rüber. Mist. Auch schon. Bowenbot OP. 360. Oh, schade. Ich weiß noch nicht, ist der in meinem Team? Auf die Feinden. Und? Fuck. Oh, da kommt ein grüner. Oder? Ne. So. Ach, vergiss das, ey. Treff ich nicht. Wo gibt's das Eisen? Also ich glaub hier oben ist das Bett, oder? Ja. Und. Gibt's. Das war witzig, wenn's jetzt auf dem Hügel Eisen geben würde. Wo ist das Eisen? Dann gibt's auch nix. Ah. Da drüben auf der Insel anscheinend. Ja. Ja. Ich bin so dumm. Bin so doof, so doof, so doof. So, jetzt schnell gucken. Schleich, schnell, schnell, schnell. So, hier gibt's anscheinend Eisen. Wo dann? Warte. Gut. So, was kaufe ich mir damit. Vor allem Brustpanzer oder so. Mal schauen. Und? Das neue Mechanics? Ah, schade. Oh, da kommt einer. Boah. Diese Snipes. Easy. So, das war der beste Brustpanzer. Und. Oh, fuck. Jetzt fippen noch ein Eisen. Da geh ich mal schnell rüber. Und, äh. Hol noch was. Jetzt 8. Und bereit. Und. Lol. Sogar getroffen. Ich weiß, das nochmal. Ich glaub nicht. Und. Boah. Schade. Boah. Alter, das war grad richtig close. Oh, den Palutenkoffer. So, jetzt noch schnell. 1, 2, die. Fuck. 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 Oh. Perfekt. So. Dann noch ein paar Küchchen. Hier, Leute, für alle. Tada, 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 tada. Und die sind sogar alle anders aus. Wow. So, jetzt brauche ich noch. Darf ich den? Ach. Nichts zu sehen. Äh, jetzt brauche ich noch. Rüstung. Noch. So, Bronze. Danke, danke. Dann würde ich sagen, geht's auf in die Mitte. Danke für die Bronze. Und dann auf geht's, würde ich sagen. Ich möchte euch schnell. Ist es unserer? Ja. Ja. Gut. Oh, da ist einer. Oh, da ist einer. Oh, fuck. Oh, Gott. Oh, Gott. Snipe beginnings. Komm schon. Komm, mehr. Ah. Oh, fuck. Oh, da ist noch einer. Shit, shit, shit. Komm, mehr. Komm, mehr. Boom. Boom. Oh, fuck. Oh, jetzt ist los was. Oh, easy, boys. Easy. So. Schnell wieder hoch. Aller den anderen auch bekommen. Okay, nice. Ein grüner. Oh, grüner wurde vernichtet. Okay, gut. Und jetzt lebt noch gelb. Und ein blauer. Oder ist gelb? Und? Oh. Boom. Boom. Tschüss. So, jetzt. Schaffe ich das? Oh. Komm schon. Stopp. Au, au. Au. Oh, der ist gut. Komm schon. Noch einer. Eintreifer, der ist tot. Oh, oh. Komm schon. Ich treffe nichts mehr. Oh. Schnell weg. Weg, weg, weg. Oh. So gut nicht getroffen. So, ein blauer lebt noch. Ist da hinten. Ist rot. Aber da ist der blaue. Oh, der hat einen Bogen. Es bleibt bei dem mal jetzt weg. So. Komm schon. Ich kann noch nicht höher schießen. Fuck, der Block ist im Weg. Komm schon. Oh, schon. Auch jetzt ist es schon los. Oh, oh. Oh, schnell weg, weg, weg. Oh. Dicker Snipe jetzt. Bisschen weiter runter. Bisschen hoch. Jawohl. Ah, auch getroffen. Noch einer hinterher. Mist. Versteckt hat sich da. Da gebe ich dem. Oh, da rennt er. Da gebe ich dem mal Feuerschutz. Denke ich dem mal ab. Der auf dem. Oh, das. Auch in Gomme. Los. Und. Oh, Team Pro wird davon nicht getroffen. Nice, nice. So, jetzt noch die vier gelben. Oh, was machen die denn da? Huch. Was ist denn? Äh. So. Oh, die wollen so eine schwule Wand. Schon. Oh. Ja, schon. Jawohl. Ich bin getroffen, glaube ich nicht. So, wisst ihr was? Ich glaube. Habe ich jetzt einfach ein Ende perle. So. Rein. So, vielleicht ist es auch unten genug Gold. Wo kommen die denn? Zwei. Dreizehn brauche ich nachher. Sechs. Acht. Okay, da unten müssen fünf sein. Oh, perfekt. Fünfzehn. Achtzehn. Oh, nice. Achtzehn Gold. Heilige Bimba. So. Jetzt schnell rüber und Enderperle kaufen. Ich sehe es voraus. Ich mache jetzt gleich richtig große Plays. Wenn nicht, dann blamiere ich mich jetzt. Egal. So, jetzt schnell zurück. Das ist unsere Base, ne? Ja. Hi. Peace, peace, peace. So. Dann ne Perle. Perfekt. Und noch fünf. Das reicht für ein Schwert. Oh, fuck. So, perfekt. Und noch mal ein paar Blöcke kaufen. Ups. Bisschen Blöcke. Oh, der ist afghan scheint. Hier kriegst du mal Müll. Bitte, danke. So, dann nochmal schnell vier Stacks kaufen. So, und so. Die Enderperle noch hier rein. Und jetzt geht's los. Wird mal so sexy Schwert. Aber ich gehe mal darüber zum Eis. Und da kann ich besser die Enderperle werfen. So, nicht von der freien. Oh, was machen die denn? Da bauen sie sich rüber. Sneaky, sneaky. So. Oh, komm schon. Oh, ne. Die trifft nicht. Oh, doch. Oh. Oh, da sind die alle. Oh. Oh, das ist sneaky. Shit. So, ich Yolo? So, schnell, schnell, schnell. Hoch, hoch, hoch. Fuck. Oh, ich muss abbauen. Shit, schnell, schnell, schnell. Oh, komm schon, komm schon. Ja. Oh, fuck. Oh, schnell zu bauen. Oh. Wo ist das Bett? Hier. Nice, nice, nice. Oh, jetzt wird gerippt. Kommt her. Komm schon. Schnell was essen. Und jetzt wird gerippt. Was, was, was. Kommt her. Ich hab Hunger. Auf Kills. Ups, aua. Okay. Nummer eins. So, es geht weiter. Das ist nicht genug. Nummer. Zwei. Nummer. Drei. Nice. Oh. Zweiter Kill. Dritter Kill. Vierter Kill. Oh. Alle vier getötet. Gigi. Haha. Ja, nice. Runde. Alle vier. Wie die ausrasten. Ja, dann bedanke ich mich, äh, recht herzlich dafür. Ein richtig sexer Quadra Kill. Sexer sexy Quadra Kill. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Und ja. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Lukas. Haut rein. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020